Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir stehen nicht vor dem Haupttor der Südstadt, sondern sind in der silbernen Wolke. Ich hatte nämlich ein paar Probleme mit den Abstürzen und Sinnwechseln. Darum habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo ich hin muss. Also Jesper hat sich hier in ein ziemlich eindeutiges Etablissemente verkrochen, so wie es aussieht. Und dann quatschen wir jetzt mal mit ihm. Ja, sehr eindeutig. Muss ich die Folge irgendwie als nicht jugendfrei kennzeichnen? Ich meine, sie sind bekleidete. Okay, das ist hier. Okay, ja, hier geht's ab. Und der sieht ziemlich weg aus. Hallo? Hallo? Na, sowas. Wenn das nicht die heilige Prophetin ist. Was machst du hier? Brauchst du auch eine kleine Auszeit? Okay, ja. Was geht hier vor? Oh Gott, wie geht das denn wieder? Das ist, ah Gott, das ist, ich will hier. Was geht hier vor? Na, was wohl? Wir amüsieren uns. Total. Darf ich vorstellen? Das ist Asha, das ist Leandra und das ist Moray. Ich fühle mich overdressed. Asha kommt aus dem Führer, weißt du? Ziemlich überdressed. Ein Hoch auf die Asha. Overdressed. Okay. Mädels, geht mal einfach. Ihr solltet mitmachen, mein schönes Fräulein. Wir haben sehr viel Spaß hier. Mhm. Total. Ich geb denen mal 50 Groschen. Geht mal doch bitte. Und geht mal so ein bisschen um die Ecke und wir müssen reden hier. Jasper, wir müssen reden. Hey, aber wir, wir haben doch gerade erst angefangen. Ja. Genau deswegen gehen wir jetzt. Geht ihr jetzt bitte. Geh. Du, du bist manchmal viel zu ernst. Weißt du das eigentlich? Ich bin nicht zu ernst. Es gibt Momente, in denen muss man einfach in das Leben eintauchen. Mhm. Das ist mit Glimmer, Glimmerkampenstaub, das ist verdammt gefährlich. Ach was. Ich genieße. Solltest du vielleicht auch mal probieren. Mhm. Wer weiß, wie viel Zeit uns dafür noch bleibt. Was willst du überhaupt? Wieso bist du hier? Ja, weil ich mir Sorgen gemacht habe und mit dir sprechen wollte, weil, ne, das Ganze gedünst und ich wollte nach dir sehen. Ich dachte nach allem, was passiert ist, würdest du vielleicht mit mir sprechen wollen? So, ich meine, du warst tot und dann doch nicht tot und deine Schwester war leider tot und überhaupt und reißt dich zusammen. Richtig, sprechen. Sprechen ist gut, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das Ganze hier, dir geht es um die Sache mit Adila, oder? Ich würde sagen, da steckt mehr hinter als nur die Sache mit Adila, aber sie war wahrscheinlich der Auslöser. Vielleicht, vielleicht scheiße ich aber auch auf Adila. Vielleicht scheiße ich sogar auf euch alle. Und warte nur auf den richtigen Moment, euch zu verraten. Wer weiß das schon? Das ist ja das Schöne am Leben. Man weiß nie, welche Wege es geht. Okay, reiß dich zusammen. Das ist würdelos. Ja, es ist würdelos. Reiß dich gefälligst zusammen. Ist es das? Was wäre, wenn das, was du hier siehst, die ungeschminkte Wahrheit ist, wer ich wirklich bin? Würdest du dann immer noch hier stehen und mit mir reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du mich wirklich kennen würdest, wärst du schon längst über alle Berge. Okay, warum sollte ich das? Du willst es wirklich nicht kapieren, oder? Lass mich nachdenken, wie ich es dir am besten erklären kann. Vier Worte. Es ist mir egal. Es ist mir egal, woher meine Aufträge kommen oder was ich dabei tun muss, solange die Bezahlung gut ist. Es ist mir egal, ob der Bettler vor der Taverne am Hunger verreckt, solange ich drin mein Bier genießen kann. Und es ist mir egal, wenn Menschen, die glauben, sie seien mir irgendwie wichtig vor die Hunde gehen, weil sie mir egal sind. Adila ist tot? Scheiß drauf. Damit lebt wenigstens niemand mehr, der kapiert hat, was ich wirklich bin. Lysia. Sie. Sie war die Erste. Ich habe mir von ihr genommen, was ich wollte und sie zurückgelassen, so wie all die anderen auch. Okay. Jetzt gehen wir so richtig in die Tiefen. Ähm. Okay, all die anderen, was meinst du? Hast du dich nie gefragt, warum ich immer alleine bin? Loyalität, Freundschaft, Liebe. Wir sind alle allein. Nur scheine ich der Einzige zu sein, der das verdammt nochmal kapiert hat. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Okay, aber die Hohen haben Adila zu dem getrieben, was sie getan hat, nicht du. Also zumindest ein Großteil dürfte durch den schwarzen Stein verursacht worden sein. Ich meine, den Teil sich ja auch vorher durch andere Dinge, aber... Die Hohen. Ja, die Hohen. Als das mit unserer Familie passiert ist. Sie war so verwundbar. So verloren. Noch viel mehr als ich. Aber glaubst du, ich habe etwas getan, um sie aufzufangen? Ich habe mich nur um mich gekümmert, von Anfang an. Was Adila getan hat, ob was sie geworden ist, das ging doch nicht von heute auf morgen. Ich habe es immer gespürt. Aber ich habe ihr nie geschrieben, nie noch ihr gesehen. Und weißt du auch, warum? Nicht, weil es keine Möglichkeit dazu gegeben hat. Nicht, weil ich Angst davor hatte. Das sind doch nur die Ausreden, die wir uns erzählen, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Ich habe es getan, weil ich keine Lust hatte. Keine Lust auf den Ärger, keine Lust auf den Stress, keine Lust auf gar nichts. Genau wie bei Lysia auch. Okay, aber Lysia hat dich doch verlassen. Nicht Dusi, das hat er uns zumindest erzählt, was jetzt tatsächlich passiert ist. Okay. 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 Was die Banditen mit ihr gemacht haben, das können wir uns wahrscheinlich vorstellen. Aber vielleicht hilft es ja, wenn er sich dem Ganzen stellen muss. Wir gehen das jetzt psychologisch an. Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin nie zurückgegangen. Nie. Okay, aber warum? Warum nicht? Was interessiert mich schon, was aus den Menschen wird? Die glauben, sie bedeuten mir etwas. Es ist, wie Adila es gesagt hat. Mein Leben hat einen einzigen Inhalt. Und der bin ich. Okay, es waren sechs gegen einen. Hättest du denn überhaupt etwas tun können? Ja gut, es ist natürlich, ne? Das ist die Sache mit der unterlassenen Hilfeleistung. Ist das denn wichtig? Ich habe keinen Augenblick darüber nachgedacht. Keinen. Ja, das ist dann natürlich das. Ja, okay. Okay, das. Du hast Angst bekommen. Das war nicht heldenhaft, aber nur menschlich. Ganz sicher. Und auch der Egoismus ist natürlich durchaus menschlich. Und ich würde gerne eine Mischung aus den beiden Antworten geben. Machen wir mal das hier. Vieles ist menschlich. Das macht es nicht besser. Natürlich nicht. Glaubst du, bei uns war das anders? Ich habe dich gesehen und habe gespürt, dass mit dir Gold zu machen ist. Dass du besonders bist. Und hätte mir dieser Koarek dein Leben gegen meines angeboten, glaubst du, ich hätte auch nur eine Sekunde nachgedacht. Du denkst, wir sind Freunde oder was auch immer. Aber das sind wir nicht. Hm. Okay. Ich dachte immer, zwischen uns wäre mehr. Dann hast du wohl falsch gedacht. Mh, okay. Nee, das möchte ich gar nicht sagen. Okay, all das hat hier längst aufgehört, lukrativ oder spaßig zu sein. Du bist hier, weil du an unsere Mission glaubst. Weil er hätte längst gehen können. Also ich meine, es gab ja mehrere Situationen, wo er einfach hätte sagen können, so, ich gehe jetzt. Und er ist trotzdem ja dabei geblieben. Er ist ja auch jetzt nicht gegangen, sondern... Ja. Aber was macht dieses Spiel? Entschuldige mich jetzt bitte, in Ordnung. Ich muss weg von hier, weg von dieser Stadt, weg von diesen Menschen, weg von allem. Nicht wirklich, oder? Das ist jetzt aber kacke. Damit möchte ich jetzt aber nicht... Nein! Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Dieses Spiel macht mich fertig. Jetzt ist Jasper weg. Das ist nicht die Antwort, die ich wollte. Okay. Ich habe natürlich jetzt hier keinen Speicherstand außerdem. Okay, ich werde jetzt den Dialog mit ihm nochmal machen. Bis zu dem Punkt, wo gerade mir das Spiel nicht die Antwort gegeben hat, die ich wählen wollte. Also das finde ich jetzt ein bisschen doof. Das ist echt ätzend. Ich habe mich jetzt nur nicht getraut. Es gibt eine Mod, mit der man das verhindern kann. Ich habe mich nur ehrlich gesagt nicht getraut, noch eine Mod zu Enderal dazu zu installieren, weil hier so viel Scheiße mit den Mods passiert. Denn, ähm... Also, hier ist... Hier weiß ich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich hier noch eine extra Mod einbinden soll. Ähm... Das ist nur die Sky-UI. Ja. Ähm... Da das Ganze ja über eine andere Oberfläche... Also ich möchte hier nicht irgendwie noch eine Mod reinbauen. Aber das war ja jetzt wirklich kacke mit dieser Antwort, die ich nicht haben wollte. Ich wollte hier einfach weiter mit ihm reden. Okay, ähm... Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich an der Stelle des Dialogs, an der es dann ordentlich so weitergeht, wie das, was ich gewählt habe und nicht das, was das Spiel jetzt gerade gemacht hat. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle. Ich mache jetzt mal... Ich hoffe, dass er das jetzt nimmt. Dann hast du wohl falsch gedacht. Okay. Ich wollte auf die Letzte hier und nicht auf die Oberste und ich hoffe, dass er das jetzt wählt. Man kann sich auch alles schönreden. Du machst mich zu etwas, das ich nicht bin. Das ich nie war. Ich bin keiner von den Guten. Und du? Du bildest dir ein, mich zu kennen, aber das tust du nicht. Adila und Lysia, das ist doch nur die Spitze des Eisbergs. Entschuldige mich jetzt bitte, in Ordnung. Ich muss weg von hier, weg von dieser Stadt, weg von diesen Menschen, weg von allem. Okay. Was? Oh. Er teleportiert sich trotzdem weg. Na gut, aber es ist ein bisschen besser gelaufen vom Gespräch her. Es war jetzt nicht so negativ. Okay, gut. Das ist ja... Das... Upsa. Level, okay. Machen wir mal Ausdauer. Ja, dass er jetzt weg ist, das ist... Ist aber in dem Fall okay, würde ich sagen. Weil das jetzt mit einer anderen Note geendet ist, das Gespräch. Ich fand das ein bisschen kacke. Dass er das eben... Ne, wie das eben dann vom Spiel mir aufgezwungen wurde. Ja, also ich werde, wie gesagt, nicht diese extra Mod installieren. Ich habe die in Skyrim installiert. Das ist eine Mod, mit der halt das, ähm... Dieses Problem nicht auftritt in den Dialogen. Ähm. Ja, also hier ist dieses wunderschöne, die silberne Wolke. Ist also, ne, ist sehr apart hier. Also... Ganz toll. Genau der Ort, an dem man sein möchte, denke ich mal. Ist auch bestimmt alles sehr sauber und hygienisch da. Ja, manche Leute wissen das nicht. Manche wissen das und ignorieren das. Aschehaupt. Ähm, geht's da hin? Da geht's, glaube ich, in dieses Wasserwerk, ne? Ja, ja, ja. Oder? Ähm. Mal gerade gucken. Ich habe mich wieder verlaufen. Wie ich das irgendwie immer tue hier im... Päddox-Zucht. Okay. Hauptkaverne. Hauptkaverne. Von da komme ich dann hoffentlich... Ja. Okay, das Gespräch mit Jasper war jetzt... In mancher Hinsicht erhellend, in anderer nicht. Also sagen wir so, dass er nicht so ein Sonny-Boy ist, wie er immer tut. Das ist ja eigentlich relativ... Ja, ich sag mal, relativ klar... ...gewesen. Und dass da einiges an seiner Vergangenheit nicht so ganz sauber ist, ne? Ist auch klar. Deswegen fand ich es jetzt nur bedingt überraschend, was er uns da erzählt hat. Ähm. Ja, ich gucke jetzt mal gerade Kalia suchen. Das würde ich eigentlich ganz gerne machen als nächstes. Ich möchte mit denen das besprechen und dann gehen wir erst auf den nächsten Teil. Weil ich finde das ganz wichtig eigentlich, dass wir mit den Leuten, ähm, mit unseren, ich sag mal, in Anführungszeichen, Begleitern, ähm, solche Sachen auch immer gleich durchspielen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang die Folge wird, weil ich nicht mehr weiß, wie viel ich vorher schon aufgenommen hatte. Das hat er mir irgendwie gerade rausgekillt. Ähm, ja. Vielleicht ist sie ja wieder da unten in diesem Bad. Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall nicht hier. Sie wollte ja immer meditieren und so. Hä? Ihr habt es wirklich getan, was? Die Erinnerung eines Püreas bereisen. Oh Mann, was hast du denn für ein Problem? Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ach, sie ist hier. Ähm, doch, sie ist hier. Okay. Ich mach mal die Tür zu. Kalia? Hallo? Kalia? Ja. Oh. Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Ich dachte, ich sehe mal nach dir, nach der ganzen Sache im Schloss. Sache. Ja, das trifft es ganz gut. Aber danke. Wie gesagt, ich will momentan einfach nur meine Ruhe. Ich hätte jetzt gesagt, alles klar, aber... Was aber? Ich will deine Verhätschelei, deinen Trost oder was auch immer du mir geben willst nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber du, du kommst immer wieder wie ein verdammter Hund, der es einfach nicht kapieren will. Warum? Warum schaffst du es nicht, mich als das zu sehen, was ich bin? Alle anderen schaffen es doch auch. Warum also du nicht? Ähm... Okay, warum geht es hier, die Sache im Schloss? Nein. Hast du auch nur die geringste Vorstellung, was ich am liebsten getan hätte? Du hast es nicht getan, was auch immer du wolltest. Wie tröstlich. Wie verdammt nochmal tröstlich. Du hast keine Ahnung, weißt du. Du hast keine Ahnung davon, wie viel Geistesstärke, wie viel Disziplin es mich jedes Mal kostet, es zurückzukämpfen. Nicht nachzugeben. All das ich... Warum, Saira? Warum? Warum muss ich so sein? Ich habe nie darum gebeten, von den Toten zurückgeholt zu werden. Ich wollte kein verfluchter Engel werden. Und ich habe mit Sicherheit nie darum gebeten, Tag ein, Tag aus gegen dieses perverse Bedürfnis ankämpfen zu müssen. Das scheinbar alles ist, was mich verdammt nochmal definiert. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, es zu bekämpfen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Okay, vielleicht gibt die Tatsache, dass du dieses etwas ständig bekämpftst und zu unterdrücken versuchst, dem auch erst seine Kraft. Das ist ein interessanter Ansatz. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oh Gott. Ja, gut. Dann halt nicht, ne? Dann gehen wir einfach. Dann gehen wir einfach. Okay. Äh, keiner will mit uns reden. Alle sind stinkig, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Ich habe doch keinen Sinn. Hm. Ja. Gut, dann, ähm, puf, gehe ich dann wohl mal den dritten schwarzen Stein holen, ne? Äh, alleine. Weil alle weg sind. Und alle, alle Moping in der Ecke sitzen, oder überhaupt. Ne, ihr wisst schon. So, ich schmeiße erst mal hier, ähm, die Dinger noch ins Inventar. Ähm, ach ja, ich, ach ja, hier. Ich habe noch den, das Amulett der Leichtfüßigkeit an. Ich sollte mal das hier ausrüsten. Wie viel Tränke habe ich denn jetzt hier? Könnte dann Papier sein. Könnte dann Papier sein. Ja. Krieger. Kann ich? Benutzen. Könnte ich die Gegenscheid nicht benutzen? Ach, schade. Ich dachte, man könnte ihn benutzen. Okay, dann nicht. So, dann machen wir jetzt. Dann machen wir jetzt hier. Den schwarzen Stein der Dalgace finden. Ja. Wo finde ich den? Ketarondal Gaze Anwesen betreten. Autsch. Wo fand er nochmal? Hier. In Ark. Im Adelsviertel. Okay. Ich kann ja mal hingehen. Und mal gucken. Wenn das keine gute Idee ist, werde ich es ja merken. Ist natürlich auch klar, dass das die schwerste Quest ist, weil das die ist, die wir alleine machen müssen. Das ist ja schon fast zu erwarten gewesen, finde ich. Das ist ja schon fast zu erwarten. Ich muss mit eurem Herrn sprechen. Das ist wichtig. Mann, bist du ein Arsch. So, so ist es das. Dann hört mir mal gut zu. Ich werde dafür bezahlt niemanden. Und zwar absolut niemanden, der nicht ausdrücklich erwünscht ist, hineinzulassen. Und wer seid jetzt bitte schön ihr, dass ihr meint, dass ich ausgerechnet bei euch eine Ausnahme machen sollte? Okay, wer ich bin, ist egal. Tatsache ist, dass es sich für euch lohnen könnte. Oh, na das klingt ja vielversprechend. Von wie viel sich lohnen sprechen wir denn hier? 10 Groschen. Wie wäre es mit 100 Groschen? Na schön, her damit. Ich werde dann mal eben verschwinden. Die Wachen drin werden denken, dass ihr erwartet werdet. Aber kommt ja nicht auf die Idee, etwas zu klauen und euch dabei erwischen zu lassen. In Ordnung? Nein. Ich habe mir euer Gesicht bestens gemerkt. Na so los, rein mit euch. Okay, dann machen wir jetzt hier mal einen Quick Save. Das war ja leicht. 100 Groschen war okay. 10 Groschen wäre ein bisschen wenig gewesen. Da hätte er dann gesagt... So, ich muss mit eurem Chef. Ja, genau. Ja. Ah ja, danke schön. Ja? Danke schön. Türen. Ziemlich viel. Dingsbums. Okay. Oh Mann. Bin ich jetzt mal gespannt. Was der Gute zu sagen hat. Entschuldigung, die muss ich einfach mitnehmen. Das war knapp. Ja, bitte. Ja, ja. Ich habe hier jemanden, mit dem ich reden muss. Oh, das könnte gefährlich werden. Großartig. Ich hätte wissen müssen, dass dieser Söldner bestenfalls zum Kartoffelschälen getaugt hätte. Also, was wollt ihr? Mich ausrauben? Das würde ich mir nämlich in Anbetracht meines hochgeschätzten Keschan hier noch einmal gut überlegen. Äh, immer mit der Ruhe. Ich will nur mit euch reden. Ach, mit mir reden wollt ihr? Ja. Ihr seid wirklich dreist, wisst ihr das? Aber schön. Ihr habt Glück, dass ich diesen Charakterzug an Menschen mag. Dann sagt mal, was ihr mir so Dringendes mitzuteilen habt. Und fasst euch kurz. Äh, es geht um die schwarzen Steine. Mir wurde gesagt, einer davon befand sich lange Zeit im Besitz eurer Familie. Könnt ihr das bestätigen? Was? Nein, da müsst ihr euch täuschen. Ich weiß nichts von einem schwarzen Stein. Lügner. Und jetzt, raus hier. Okay, irgendetwas sagt mir, dass ihr nicht ganz ehrlich zu mir seid. Ach, ist das so? Sag mal, wer glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier vor euch habt? Ich müsste nur meinen kleinen Finger krümmen. Und ihr würdet den Rest eures Lebens als Lustsklavin in der Silberwolke verbringen. Ich hoffe, das ist euch klar. Und jetzt kuscht zurück in die Küche, Weib. Wenn es nach mir ginge, dürften Frauen ohnehin kein Schwert am Gürtel tragen. Darf ich ihm die Beine wegschlagen? Schande, was aus unserer Gesellschaft geworden ist. So in Kniehöhe mit meiner Axt? Bring meinen Gast vor die Tür und sorg dafür, dass er dort bleibt. Hm, super. Okay, er hat gelogen und er ist frauenfeindlich. Etwas finden, um Dialgays unter Druck zu setzen. Okay, er scheint sich ja mit Dingen auszukennen, die nicht ganz koscher sind. Gucken wir erstmal, hier hinten müsste eigentlich ein Eingang sein. Ja, hier ist ein Eingang. Das ist auch nicht weiter schwer. Ich muss also erstmal was finden, mit dem ich ihn unter Druck setzen kann. Das ist dann einfacher, denke ich. Die Frage ist... Ah Gott. Ja, komm, hier. Hier ist keine Wache. Niemand wird feststellen, dass ich hier reingehe. Easy Schloss. Oh Gott, ich darf unter keinen Umständen in das Blickfeld einer der Wachen gelangen oder aufhören zu schleichen. Mit etwas Glück könnte ich an ihm vorbei in den zweiten Stock und dort in eins der unbewachten Zimmer gelangen. Ja, okay, ich weiß, was ich mache. Ich habe von dem Unsichtbarkeitstrank vier Stück und den. Wir setzen den Unsichtbarkeitstrank. Also erstmal werde ich jetzt hier gucken, welcher ist der besser Schleichenring? Der. Ja, jetzt sind wir erstmal ganz vorsichtig. Schleichen ist effektiver. Effektiver, effektiver, effektiver. Wir haben jetzt zwar nicht ganz so viel Lebenspunkte und Ausdauer erhöht und mhm, mhm, mhm. Und ausrüsten. Ich muss die Fackel gleich ausmachen. Und ein Gift draufpacken. Die Fackel ganz schnell wegmachen. Äh, Fackel weg. So. Außerdem. Wo habe ich jetzt hier den? Da. Ähm. Der ist, glaube ich, auf die vier, ne? Den kann ich auf die vier packen. Okay. Ähm. Ja. Ich nehme mal sicherheitsalber. Durch. In die eine. Und irgendwas anderes in die andere Hand. Weiß ich gar nicht. Den machen wir mal auf, habe ich irgendeinen? Dann machen wir den auf die sieben. Und den auf die acht. Und ich hoffe, ich kann mir das merken. Sieben und acht. Sieben und acht. Ähm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob hier unten eine Wache ist. Hm. das ist jetzt nicht wirklich wichtig wenn wir schon mal hier sind mal so mitnehmen was hier so ist ah fuck okay das fängt also immer wieder von vorne an großartig ich höre das nicht so richtig wo die ist das ist das problem was ist denn wenn ich hier die Tür zumache geht das geht da keine Wache drauf wir nehmen einfach mal alles was hier so mitzunehmen ist weil wie gesagt weil wir es können da oben ist Knoblauch ich sehe ihn ich sehe ihn so Pilze 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 diesen unsympathischen Typen den beklaue ich sowas von ohne jedes Problem ja so jetzt habe ich nur keine Ahnung wieso wurde ich entdeckt ich bin unsichtbar ach verdammt jetzt habe ich gut jetzt habe ich den ganzen Kram aber mitgenommen naja wieso wurde ich entdeckt ich bin unsichtbar das ist doch also Unsichtbarkeitstränke funktionieren nicht und das ist kack es kann jetzt was dauern ach nein ey das ist doch echt nicht wahr ich habe ja nicht mal die Möglichkeit hier um die Ecke zu gucken ohne dass ich entdeckt werde das ach das in einem Spiel in dem die Schleichmechanik auch nur so lala ist das ist natürlich ganz toll weil man kann ja jetzt nicht hier so ne ich kann ja jetzt nicht hier mich rüberlehnen um zu gucken sondern ich muss gleich ins Blickfeld gehen und das ist halt total doof wenn die mir den Rücken zuwendet sieht die mich ja eigentlich nicht sollte man meinen jetzt ist es schon wieder ja also ich sag mal ja okay wieso wieso ist die jetzt hier wenn die eben schon um die Ecke gekommen ist das ist aber echt kappes also ich bin jetzt schon so gut im Schleichen aber wie viele Schleichen habe ich jetzt gerade 40 okay ich müsste besser noch besser sein wahrscheinlich ich wurde entdeckt habe ich denn jetzt wie viele Tränke habe ich denn jetzt die Unsichtbarkeitstränke doch die sind runtergegangen ich habe nur noch okay aber ich habe ja den Quick Save immer noch weil im Zweifelsfall mache ich das mit dem Quick Save dass ich dann sage okay ich werde noch mal laden bevor ich da reingehe bin ich hinter der Tür mal gucken ob sie mich wieder entdeckt ja okay Randale also ich darf ja aber wieso hat die mich jetzt entdeckt ich habe doch gar nicht darüber geguckt das ist das halt um die zu sehen muss ich ja gucken ich meine ich nehme jetzt einfach die Amphore dann stolper ich da nicht ständig drüber ja da sind sogar zwei Wachen okay ja das ist echt toll ganz begeistert von diesen Schleichen hier das kommt die gleich von das ist echt super schlecht ich höre die aber so genau höre ich die auch wieder nicht dass ich sagen kann oh mein Gott ja ich glaube ich muss das noch mal ein andermal machen ich werde mal das laden bevor ich da reingegangen bin ich weiß ja jetzt zumindest was auf mich wartet und ich gucke jetzt mal ob ich hier noch was am Schleichen tun kann und dann muss ich halt vielleicht auch noch Schleichbücher kaufen ich glaube ich war noch nicht perfekt durch so teleportiert euch hinter ein Ziel Rhetorik-Option oh das ist schön Schleichangriffe zusätzlichen Schaden okay ich möchte das und ich möchte das so die anderen kann ich ja immer noch überlegen die anderen Sachen mal gucken ja das ist ja furchtbar hier mein Schleichen ist eigentlich gar nicht so schlecht aber es könnte noch besser werden deswegen ich hoffe er hat sich jetzt nicht aufgehängt ja das war ja jetzt echt amüsant diese 50 Millionen Schleichversuche also das ist großartig ich weiß jetzt schon dass ich das furchtbar finden werde diese Quest ich werde mal offscreen gucken dass ich noch bei Gabor mir ein paar ich hoffe der hat Bücher zum Schleichen ja das mache ich dann offscreen und in der nächsten Folge versuchen wir es dann nochmal weil ich würde gerne das Schleichen auf mehr als 40 haben wir sind erst auf 37 also wir können noch wir sind noch nicht auf 50 das heißt wir sind noch Geselle dann einfach besser werden das glaube ich ganz gut ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe ihr seid dann auch beim nächsten Mal mit dabei wenn es wieder in dieses Anwesen geht und wir hoffentlich ein bisschen besser schleichen ja dann sage ich einfach mal macht's gut tschüss tschau und bis dann wir sind noch nicht dann frage dir w f b bla 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 bla